Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schämmel, Partner, Beziehungscoach, Diplomsbiologe und so weiter und so fort. Heute mal hat mich mal jemand gefragt, warum ich denn mein Buch ohne Verlag schreibe jetzt. Mein fünftes, vielleicht auch mal interessantes Thema, mal ein bisschen privater heute. Genau, ich hänge immer noch rum und drehe, ich bin so ungeduldig, ich bin zweit schlechter, kranker. Ja, ich habe immer noch Erkältung, immer noch ordentlich Bänderriss und das wird wohl ein paar Wochen dauern. Das ist, naja, eigentlich eine La Paglia, aber ich bin da gar nicht gut drin. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau, warum, die können wir auch nochmal ein bisschen anders machen. Warum denn ohne Verlag? Also ich hatte tatsächlich drei Verlage, die mit mir was gemacht hätten, jetzt haben wir trotzdem dagegen entschieden, was wird denn überhaupt mein neues Buch? Es wird ein Buch über Langzeitbeziehungen, also wie kann man in der heutigen Zeit, das ist ja schon eine rebellische Akte, eine Langzeitbeziehung zu haben. Wie kann man die führen, was kann man da machen? Und es gibt auch schon einen Titel, es gibt auch schon ein Cover und ja, also erstmal, ich war ja bei zwei Verlagen, einem kleinen und einem den größten so. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie, ich hatte jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, aber es hat mich irgendwie auch, wie soll ich mal sagen, nicht so hundertprozentig abgeholt, sagen wir es mal so. Weil ich hatte da glaube ich auch so romantische Vorstellungen, was so ein Verlag eigentlich macht. Also ich bin, ich weiß nicht, ich hatte wie früher so einen Film, auch älteren Film, diese Vorstellung, ja so ein Verlag, der nimmt dich dann so bei der Hand an die Hand und dann überlegt, was können wir denn machen und begleitet so einen kreativen Prozess. Und ja, und dann wird auch überlegt, was machen wir denn das nächste Buch und wie kriegen wir das in so eine Reihe und wie verkaufen wir das und was passt denn da. Und aber das ist alles gar nicht der Fall, das ist sehr prosagisch, also ja, du kommst da hin, lieferst, was weiß ich, ich mache da erst ein Exposé, lieferst dann, wird das Exposé ein bisschen besprochen, dann schreibst du, lieferst es ab. Und dann, ja, geht es durch ein Lektorat, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das fand ich für mich teils nicht immer sehr schwierig. Ich meine, ich habe mich dann auch, hat man auch gesagt, boah, ey, nee, also so, das geht so, also ein Lektor ist halt einfach so krass eingegriffen in den Text, dass ich dachte, also nee, sorry, das ist echt, das denkt hinterher kein Mensch mehr, als es in meinem Buch ist irgendwie, das geht echt nicht. Also das fand ich schon sehr anstrengend. Aber gut, also das ist überhaupt mein ganzes Problem eigentlich gewesen, dass man das Gefühl hat, so man ist da so einem, ja, so einer Institution gegenüber, die auch so einen gewissen eigenen Willen hat, sage ich mal, und so ein Beharrungsvermögen. Und vielleicht auch manchmal, ich hätte auch in der Ahnung, es ist eine sehr konservative Branche, die echt aufpassen muss, dass sie nicht weggefegt wird, absolut weggefegt wird von vielleicht immer mehr Leuten, die im Eigenverlag schreiben und einfach keinen Bock mehr drauf haben, dass es da noch so Zwischenhändler gibt. Weil, also, ja, es ist im Grunde genommen, es ist ja ein Zwischenhändler zwischen dir und deinem Konsumenten, so, ne. Und dann gibst du natürlich auch eine ganze Menge Rechte ab, also du, während ich jetzt ganz frei überlegen konnte, was mache ich für einen Cover, was mache ich für einen Titel. Titel wird übrigens sein von meinem neuen Buch, Lange lebe die Liebe. Ja, gibst du diese Rechte an den Verlag ab, der, ich meine, klar, du wirst da mal konsultiert, aber im Großen und Ganzen kann der einen Titel alleine aussuchen, kann das Cover alleine aussuchen. Das haben die meisten Buchverträge. Und, ja, das ist natürlich, ich meine, das ist wunderschön geworden, kann man jetzt überhaupt nicht sagen, hier auch mein Letztes, so, ne. Aber gibst du es halt alles ab, so, ne. Und, ja, ist auch so ein Blindflug. Und für die, weil das witzig ist, für die Verlage ist es halt auch ein Blindflug. Die wissen auch nicht, was funktioniert. Die wissen auch nicht, was gut ankommt. Und, ja, was am meisten gekauft wird. Und, genau, und weil es so ein Blindflug ist, ja, ist es halt so, dass die Verlage dann auch Leute gerne haben, die ein großes Followering haben. So, weil dann kann man natürlich ein bisschen planen, wie viel wird denn davon wohl verkauft und was weiß ich. Und ich dachte aber, das ist irgendwie, also auch wieder meine romantische, naive Vorstellung, der Verlag sorgt dafür, dass das Buch verkauft wird. Also, der ist ja, das ist ja eigentlich, ich dachte immer, das ist die Aufgabe des Verlages, dass der überlegt, weiß ich jetzt nicht, mit welchem Influencer arbeiten wir jetzt zusammen, mit welchem, was weiß ich, schalten wir da Werbung, schalten wir auf Amazon Werbung. Also, whatever, so, aber das ist, wie ich sagen, das ist gar nicht der Fall, das stimmt nicht. Also, es werden Sachen gemacht, aber so relativ, ja, so breit gestreut. Auch am besten Sachen, die jetzt nicht zu viel kosten irgendwie und, ja, und es wird sich vor allen Dingen auf dein Followering verlassen so. Und wenn dein Followering vielleicht nicht so kauft, wie geplant, ja, dann verlierst du auch ruckzuck so eine Position, die du vielleicht vorher hattest. Also, ich hatte einfach nicht, also gerade bei dem größeren Verlag, nicht das Gefühl, dass man, dass das wirklich so was Persönliches ist, das ist auch für so eine naive Vorstellung, ne. Sondern man ist halt so eine, ja, so eine, ich will jetzt nicht sagen eine Nummer, aber du bist halt, ja, entweder du bringst die Verkäufe oder du bringst sie nicht und entsprechend wirst du halt behandelt. Und da, also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mich halt gefragt, also wenn jetzt der Verlag einfach so ein Zwischenschritt ist, ne, klar, die nehmen natürlich eine Menge ab, die machen, machen das Lektorat, also machen eben das Cover, machen den Titel, gucken, ist da irgendwas drin, was vielleicht problematisch ist im Buch, machen den, überlegen, welches Papier, den Drucksatz, die ganzen Sachen, so, ne, das nehmen sie ja alles ab, so, ne. Aber sie kriegen natürlich auch ein großes Stück vom Kuchen, ne, sagen wir mal, wie es ist, ne, sie kriegen ein ordentliches Stück vom Kuchen und oft haben die ihr Geld schon gemacht, wenn du dein Geld noch gar nicht gemacht hast, so, ne, das würde ich, kann man, glaube ich, so sagen und, also, es sind nicht deine, es sind nicht deine Freunde, ne, die wollen auch Geld verdienen und ich fand auch krass, wie man, ja, das natürlich erstmal versucht wird, dem Autor, vielleicht müssen wir dem ja gar nicht so viel zahlen, aber es ist ja auch alles, ich meine, es ist, es ist alles okay, es ist Marktwirtschaft, ne, ich würde das alles nicht unter negative Erfahrungen abbuchen, aber es ist halt ein Zwischenhändler, wo ich mich frage, und das habe ich mich halt viele Wochen gefragt jetzt, wofür brauche ich den eigentlich, ne, also, wenn es einfach nur darum geht, an meine Zielgruppe ein Buch zu verkaufen, das kann ich auch selber, ne, habe ich mir jetzt, habe ich mir das überlegt, das kann ich auch selber, da brauche ich keinen Verlag dazwischen, vor allen Dingen kann ich dann auch so Sachen entscheiden, wie, also, was, was habt ihr euch zu Recht beschwert, dass es kein Hörbuch gibt, mein Gott, ich bin ein Mann des Wortes, ne, also des gesprochenen Wortes, ne, natürlich wollen viele ein Hörbuch von mir haben, die hören ja auch die ganze Zeit meine YouTube-Videos, so, ne, und du hast keine Chance, du kannst dem Verlag natürlich diese Rechte abkaufen oder irgendwie mit dem teilen, aber das ist ja nochmal, das ist ja das Schlechteste aus beiden Welten, du hast die ganze Arbeit und hast nicht die, die Kohle sozusagen, ne, also, insofern kann ich jetzt, also, natürlich wird es jetzt beim nächsten Buch ein Hörbuch geben, das werde ich selber einsprechen, werde ich selber produzieren, auch das werde ich selber produzieren, und selber rausbringen, weil dann habe ich halt als Content-Creator volle Kontrolle über den ganzen Prozess, ne, und wenn da irgendwas schiefläuft, dann, ja, dann liegt es an mir, dann liegt es an jemand anders, und, aber ich habe eigentlich in meinem Leben immer gute Erfahrungen gemacht, wenn ich Sachen selber in die Hand nehme, und von daher ist es, ich habe auch einfach Bock, das mal auszuprobieren, und wenn es dann nicht ist, wenn ich dann sage, ne, ne, war doch super geil, also, war doch viel mehr gebracht mit Verlagen, dann, ja, nimm mich vielleicht wieder im Verlag, und dann denke ich mal von aus, und dann ist vielleicht das sechste Buch, falls ich ein sechstes schreiben sollte, weiß ich auch gar nicht, obwohl, ich wollte nochmal so ein Single-Buch schreiben, dann ist das eben wieder beim Verlag, ne, kein Problem, so, und ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, es gibt natürlich große, also Verkaufsschlager, nehmen wir mal Fifty Shades of Grey, ohne Verlag geschrieben worden, das hat dann irgendwann Verlag mit viel Geld aufgekauft, aber es ist Self-Publishing gewesen, ne, und das sind viele Bücher, ne, also das sieht man denen ja auch teilweise gar nicht an, so, dass ich das Gefühl habe, ich muss es einfach mal ausprobieren, und ich liebe einfach Sachen auszuprobieren, und vielleicht sagt mir, ne, war doch alles geil mit dem Verlag, und es war auch teilweise geil, vor allem von meinem ersten Buch, damals noch mit dem Luther Verlag, ich natürlich, es wird ja immer noch super viel verkauft, irgendwie, ne, vom Liebeskot, und, ja, also wie gesagt, gibt eigentlich, es sind einfach Erwägungen für mich, ich habe die Vorführung, das wird auch ein bisschen deutlich, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas jetzt schlecht war, oder so, überhaupt nicht, und ich bin super dankbar, also gerade dem Luther Verlag, dass er mich da promotet hat, als Erster, und auch dem anderen, hier, Arkana, Random House, bin ich auch super dankbar, dass es mir da Chance gegeben hat, mal einen großen Verlag zu schreiben, war auch ein gutes Gefühl, dass man mal überall auslegt in den Buchhandlungen, aber ich frage mich wirklich, brauche ich das, ne, muss ich jetzt noch so einen Ego-Push haben, ja, jetzt kann ich noch ein Buch beim Verlag, oder kann ich mal sagen, nee, ich gehe jetzt mal ohne Zwischenhändler, ich übernehme den ganzen kreativen Prozess, ich kann, ihr könnt dann hinterher die Bücher über die Website direkt kaufen, ihr könnt direkt vielleicht bei mir runterladen, E-Book, oder, oder, ich meine, es wird natürlich trotzdem irgendwann in den Handel kommen, ganz normal, da gibt es ja auch eine Menge Möglichkeiten heutzutage, und dann, ja, schauen wir mal, ne, also ich werde da was, du musst, also wer sich dafür interessiert, man muss dann halt mit Distributoren zusammenarbeiten, die, ja, das Buch in den Handel bringen und dafür aber eine relativ kleine Marge kriegen, also viel kleiner als beim klassischen Verlag, so, und dafür musst du aber halt, da bin ich gerade dabei, so, wie viel Lektorat man nicht, klar, ich kann das Ding jetzt nicht runterschreiben und so irgendwie in Handel geben, es muss jemand drüber gucken, vielleicht brauche ich da einen Lektor oder zumindest ein Korrektorat, es gibt ja auch schon hervorragende digitale Hilfsmittel, die einem wahnsinnig viel abnehmen können, also, also ich glaube, die Verlage müssen echt aufpassen, dass sie nicht wegradiert werden, weil, also, mittlerweile kann man so viel machen mit Tools und mit KI, also jetzt nicht das KI ein Buch schreibt, aber zusammen mit einer KI ein Buch zu bearbeiten, du kannst, es gibt so viele Möglichkeiten, also ein Cover kostet fast nichts mehr und es ist Wahnsinn, ne, also sie müssen echt aufpassen so und müssen sich vielleicht auch mal überlegen, was bieten wir dem Autor, dass der kein Self-Publishing macht, ne, ich glaube, das wird irgendwann die Frage sein, ne, und nicht andersrum, dass der Autor der Bittsteller ist und der Verlag, ja, lässt sich mal nieder, das zu machen, sondern, ja, ich glaube, es wird, man wird, irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Verlage überlegen müssen, wie bringen wir Leute da vom Self-Publishing weg, ne, so, aber gut, aber vielleicht mache ich auch ganz andere Erfahrungen, ich konnte ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, und, ja, also viele Fragen habe ich auch noch nicht geklärt, wie gesagt, mit, wenn es dann mal fertig ist, wie viel Lektorat braucht man, wo macht man den Buchsatz, wo produziere ich mein Hörbuch, brauche ich dafür ein Studio, kann ich das hier in Bayern machen, welche Qualität muss das haben, wo, also da brauchst du wieder einen Distributor irgendwie, ne, wie nimmst du da, ja, spannende Fragen, aber wird letztlich wird es, also mein Buch wird, es wird jetzt ein Mega-Bammer, es kann natürlich sein, dann wird es trotzdem irgendwie ausliegen, Buchhandlungen, und ansonsten werdet ihr es, ja, trotzdem ganz normal bestellen können überall, auch über lokale Buchhandlungen und auch bei Amazon, aber, ja, ist dann eben, läuft dann über die sogenannten Distributoren, die es dann einspielen, ne, man kann natürlich Sachen auch direkt bei Amazon einspielen, aber dann in dem Sinne ist dann Amazon der Distributor, aber ich wollte schon eine Lösung finden, ich habe da auch schon eine im Kopf, die eben auch den deutschen Buchhandel dann direkt beliefert und solche Sachen, genau. Ja, spannender Prozess, vielleicht sage ich auch in einem Jahr Tal-Schnaps-Idee, ich kenne auch, also ich kenne, ich habe so ein bisschen Connection in den englischsprachigen Raum, da machen das, gibt es durchaus Leute, die zurück von Verlagen in Self-Publishing gehen, ansonsten kenne ich in Deutschland niemanden, das ist eigentlich immer der andere Weg, aus dem Self-Publishing zum Verlag, aber auch eine Kollegin von mir, die hat ja ganz in England und den USA verlegt, auch ganz, sie hat vorher Self-Publishing gemacht, war dann beim Verlag und die sagte auch, also war eigentlich geiler Self-Publishing, ich weiß auch, die hat irre viel verkauft im Self-Publishing, ja, also wir werden sehen, Zeiten ändern sich, ich versuche immer mitzugehen und wie gesagt, aber ansonsten kann ich mir gut vorstellen, auch wieder mit dem Verlag zusammenzuarbeiten, aber dann so wirklich auf Augenhöhe, so sage ich mal, oder mehr auf Augenhöhe und mehr mit irgendwelchen Visionen, das konnte ich mir schon vorstellen, aber nicht so einfach, naja, wir bringen es so mal in den Handel und dann gucken wir mal, was passiert, das wäre jetzt nicht so mein Primärszenario, sage ich mal. Ja, was denkt ihr dazu? Ansonsten hätte ich vielleicht auch einfach schon sagen sollen, werde ich heute an Bubble besprechen, das, da ist ja 13, bei 13 Fragen, die haben mich ja netterweise eingeladen, Pro und Contra Dating-Apps, werde ich heute eine Reaction machen, eine Live-Reaction, also 18, 19 Uhr, wenn ich mal wieder ein Live, dann werden wir das Video mal durchgehen und ich habe da auch eine Menge dazu zu sagen, war auch eine interessante Medienerfahrung und ja, dann vielleicht bis später, ciao lieben.